Alles geschehen YouTube, herzlich willkommen. Heute zeige ich und Honk Jetzt musst du Hallo sagen Hallo Hallo Genau, zeigen wir einfach mal die, ähm, in Live ist heute die Berufskleidung, die es gibt. Es gibt wie viele Berufskleidung? Acht Berufskleidung und einen normalen Kartoffelsack Genau Wir fangen mit dem Standardding an Track die on Genau, das ist der Kartoffelsack, den kennt jeder Das ist dieser Jütte-Sack, den man am Anfang immer dabei hat, den kann man sich halt anziehen Äh, danach kommt dann die Einfach mal sagen Die simple Kleidung Die simple Kleidung, genau Kann alles der Farmer herstellen, das ist so die simple Kleidung Der Farmer kann das herstellen, ne? Ja, der Farmer mit seinen Tolerang Ja, mit den Stoffen und sowas, klar Genau, mit dem Nähen, mit dem Stoffen, mit dem Leinzeug, so sieht das aus Das ist jetzt so die simple Kleidung Natürlich besser als der Kartoffelsack, muss man ehrlich sagen, ne? Hauptsache man hat was Checkes an Der nächste Jetzt kommen halt die Berufskleidungen Genau Der erste Beruf ist dann Als erstes wäre der Dekorateur Der Dekorateur, da muss man mal ein bisschen näher gehen, weil der Dekorateur, muss man mal ganz ehrlich sagen Sieht richtig hübsch aus Ja, der hat richtig Muster auf der Kleidung, also da Ja Sieht auch richtig teuer aus Genau, der Dekorateur ist auch derjenige, der Schilde, also große Schilde, die Krieger bekommen, bemalen kann Ich glaube, der kann auch noch andere Sachen, aber das ist leider noch nicht implementiert Da wird man dann noch sehen, man sieht ja auch, die Kleidung backt unten noch ein bisschen, da fehlt ein bisschen ein Viertel von seinen Füßen Also ich kann nicht Ja, deine Füße schweben so Achso, okay Da fehlen dann halt so die Schuhe Aber das war die Deko, Dekorated, ne? Also Dekorative, Dekorateur Ja Nächste Kleidung Wäre der Carpenter Der Carpenter, der Holzfäller, ne? Carpenter ist ja der Holzfäller So, der hat dann auch eine eigene Kleidung Boah, cool Sieht ein bisschen aus wie ein Schmied, aber Das ist so der Carpenter Sieht nett aus Wir können ja mal zum Vergleich die vom Schmied zeigen Genau, das ist die Carpenter, jetzt kommt der Schmied Ja, fast gleich, nur dass der halt schwarz anhat Und dann hat man für die Berufe, für die Berufe halt Hat man dann die Kleidung, die man halt trägt Das ist dann der Schmied hier Der dann die Sachen herstellt Das ist auch eine etwas dickere Lederschürze, glaube ich Dass da irgendwie, ja, dass man da ein bisschen geschützt ist vor dem Feuer und sowas Sowas kommt als nächstes? Äh, hätte ich als nächstes der Engineer, der sieht ähnlich aus Okay, Engineer ist, ist so derjenige, der die Waffen baut, ne? Also Engineer hat ja dieses, dieses etwas große Haus Wo dann die Skizzen drin sind Wo die Waffen zum Schleudern und sowas gebaut werden Das ist halt der Engineer, der sieht dann so aus Wäre aber auch noch nicht implementiert, weil du brauchst ja auch für Level 60 Kannst es aber noch nicht lernen, wenn ich das richtig gesehen habe Ja, das kann man noch nicht lernen Das ist der Engineer, was gibt's noch? Als nächstes habe ich noch einen Koch Einen Koch? Ja, der Koch, Koch, Koch gefällt mir In weiß Schön in weiß, so wie das ein Koch sein muss Sieht super aus Und was war noch? Den Alchemisten Ah, ja, der Alchemist, der Kräuter sammelt Das sieht auch wiederum sehr schön aus Finde ich aber, ist mehr für weibliche Charaktere Hübsch Man sieht sogar an der Seite, wenn du mal aus deinem Charakter rausguckst Mit C und dann V drehst Dann hast du links an deiner Hüfte Da hängen dann so, äh, ja, Zangen, was auch immer, zum Knipsen irgendwie Und da ist eine kleine Kräutertasche rechts sogar Und die ist hinten wenigstens zu, das gefällt mir Die anderen Kleidungsstücke sind hinten irgendwie offen Hast du noch irgendwas? Ja, das Beste zum Schluss Das Beste zum Schluss, jetzt kommt's Der Monk Ja, Mann Der Mönch Genau Mönch gibt's auch Da werden bestimmt Kirchen oder sowas kommen Oder so Irgendwie bestimmt Das wir da was einbauen Ja, das ist halt hier Wenn man Ach, was war das jetzt? Wenn man Beats, also Glaube Glaube unten, genau Prey Komplett auf 100 hat Ja Kardinals Papst Also Pope Elections Ejects EDC Keine Ahnung, was das alles bedeutet Aber Man kann da bestimmt irgendwas werden Und Leute Vollbeten Da kann ich mal testen Den Skill, der, der mich bei 30 drin ist Den kann ich gleich mal testen Ach Can pray your gods Ergnehmel increased only once in a real life day Genau, man kann Es gibt auch ne, äh, ne Fähig Also ne, ne, ne Dings, die du freischalten kannst Wenn du das auf 30 hast Das, äh, Peti Also das Pray Dass man sogar, ähm Also 20 Mal hintereinander Beten muss Und dann Ne? Halt, genau Dann hat man das halt, äh, 20 Mal am Tag gebetet Und dann kriegt man auch so ein Achievement Das sind die ganzen Berufe Ja, das ist nicht nur das auch Das Negativlevel, was du durch Leute angreifend und sowas machst Machst du jedes Mal damit weg Ja, weil dann Du, du betest ja so für deine Sünden Ich glaub, das gibt auch noch einen kleinen Buff Aber Was da kommt Dauert aber mal zeitlich Bis es, aber du kannst es nicht immer direkt hintereinander machen Das ist immer so für 20, 30 Sekunden, glaub ich, gesperrt Ne, das gilt für einen Tag Sowieso nur das Beten Also ein Das Beten ist einmal täglich Eh nur Anders geht das gar nicht Steht ja auch drinnen In dem Skilltree drinnen Guck mal, da steht Bei 30 steht drinnen Can pray your God All meet increased Only once In a real life day Also einen richtigen real life tag Einmal kannst du das benutzen Jeden real life tag Funktioniert das Nicht schlecht Das waren auf jeden Fall die Berufe Mehr gab es nicht Achso, was man noch dazu sagen kann Dass man mindestens Level 60 Dafür jeweils braucht Um die Sachen tragen zu können In dem jeweiligen Bereich dann In dem jeweiligen Bereich Also Paint und sowas Genau Okay Das ist gut zu wissen Danke fürs Zusehen Danke an Honk Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüss, bis dann Ciao